Wir haben eine Mannschaft, die wir auf sehr unterschiedlichen Plattformen übernommen haben, von 17 bis 37, von gestandener Bundesligaspieler bis Spielern aus der 2. Liga, topfitten Spielern bis der halben Mannschaft, die verletzt waren. Und das geht nicht von heute auf morgen, die alle auf ein Level zu bringen, dass wir wieder sagen können, wir fahren jetzt zur Sturm oder empfangen an Repul Salzburg und das trauen wir uns alle zu. Wir müssen in jedem Spiel knallhart dafür arbeiten, jedes Training dafür nützen, dass wir auf das Level kommen und dann werden wir auch wieder belohnt werden. Und an dem halten wir fest, an das glauben wir, für das arbeiten wir täglich. Und da muss das Umfeld eh auch selber für sich entscheiden. Im Verein müssen die Leute dafür entscheiden, sie sehen mehr, wie wir arbeiten. Das Umfeld muss sich dann in seinem Bild bei den Spielen machen und dann auch die Entscheidung treffen, ja halte dazu, halte Glaube an das Ganze. Wir glauben dran und werden Woche für Woche versuchen, das Maximum abzurufen. Und deshalb ist es bei uns intern ruhig, aber auch sehr ehrlich und sehr offen, weil wir diese Spiele auch sehr sauber analysieren und uns das auch zu Herzen nehmen. Und es muss keiner draußen glauben, dass wir das Heimspiel nicht gewinnen wollen oder dass uns so eine Niederlage wie gegen Wacker nicht schmerzt. Wir arbeiten die ganze Woche dafür und das schmerzt uns noch viel mehr, wie jeder andere, der auf der Tribüne sitzt. Und trotzdem werden wir auch wieder Heimspiele gewinnen und an dem Moment, an dem klammern wir uns fest und an den Glauben und für den arbeiten wir jede Woche.